es kann mal vorkommen dass euer gasgrill streikt sprich ihr wollt anmachen und die zündung geht einfach nicht mehr dann kann das mehrere gründe haben ein grund davon kann sein einfach dass dieser elektrische anzünder defekt ist andere natürlich dass die batterie leer ist dass die kontakte nicht mehr sauber sind hier in dem fall ist der anzünder kaputt gebaut den also einfach aus und dafür müsst ihr lediglich hier auf der innenseite die kabel rausziehen das sind also je nach modell verschiedene kabel drin in dem fall habe ich hier einen vier brenner mit seitenbrenner und habe fünf kabel drin die ziehe ich einfach vorsichtig raus dann werde ich gleich hier das abschrauben das batteriefach die mutter hier entfernen und habe das dann in der hand das zeige ich euch gleich mal wie folgt so ich habe also hier schon die batterie rausgeholt den deck abgeschraubt das habt ihr noch so eine kunststoff mutter die muss entfernt werden und dann geht es gleich schon weiter die mutter ist jetzt entfernt und ihr seht es ist auch schon relativ locker hinten hängen die kabel jetzt schon nicht mehr daran die habe ich schon entfernt und nehmen jetzt den anzünder heraus hier hinten kommen die kabel hinein und wenn die batterie dann drin ist dann müsste es eigentlich noch knacken und es müssten funken kommen das habe ich euch gleich mal bei einem intakten anzünder das hier nun ist ein universal anzünder den ich online bestellt habe kriegt er für 10 20 euro und wenn hier zur batterie batterie drin ist dann seht ihr folgendes wenn ich auf den anzünder drücke knallt richtig jetzt muss ich das nur noch einbauen und die kabel wieder rein stecken dann sollte alles wieder funktionieren wie ihr seht passt der anzünder auch sehr gut drauf ich muss jetzt noch mal fest drehen von innen sieht das ganze dann so aus ich gucke ob ich das klappe ich weiß gar nicht ob man jetzt was sehen kann das werde ich gleich sehen wenn ich das video schneide hier aber zum beispiel eins der kabel hier hinten eingesteckt werden so hier oben seht ihr den neu angebrachten e zünder hier seht ihr auch meinen kabelsalat sag ich mal das problem ist man kommt nicht so besonders gut dran entweder also von hinten oder man legt sich so ein bisschen in den grillwagen hinein dann sieht man da auch etwas das werde ich jetzt auch einmal machen so ich habe mich gerade umgeschlossen entschlossen ich liege also gerade im grillwagen und habe das teil noch mal ausgebaut und werde erst die kabel hinein stecken bevor ich das dann wieder oben einbauen das ist deutlich einfacher so wie ihr seht sind alle kabel wieder drin jetzt muss ich nur den anzünder da oben wieder rein packen und das hier durch das loch stecken das wird auch irgendwie klappen ist ein bisschen fummelig weil es eng ist aber das kriegen wir hin so es steckt wieder alles die kabel habe ich auch relativ ordentlich oder ich lege sie hier noch ein bisschen über die schienen so und damit probieren wir jetzt mal aus ob das ganze auch funktioniert wieder und ja ich setze jetzt mal die batterie ein auf der anderen seite sieht das ganze dann so aus ich hoffe man sieht das jetzt die kerne auch unten drunter also so sieht es jetzt von hier aus und jetzt kommt die batterie rein ganz wieder hier drauf schön festschrauben und hört sich gut an drehen wir eben gashahn an und kontrollieren mal den und da gehört da kam was wunderbar also so einfach behebt ihr das zündungsproblem beim gasgrill und mit einer universalen zündung zu einem kleinen gerät von 10 20 euro könnt ihr das in den meisten fällen wir müssen gucken dass ihr ein gerät holt was genauso viele anschlüsse hat wie er auch benötigt als andere wäre bastelei und es ist genug angebot eigentlich am markt hierfür vorhanden wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich über ein daumen hoch ein abo meines kanals und wenn das noch nicht gemacht hast vergiss nicht die glocke